Welche Pizza bin ich? Eine Frage, die wir mit Sicherheit alle schon mal uns haben durch den Kopf gehen lassen. Essentiell, wenn ihr mich fragt, oder? Ja klar. Achso, welche Pizza wir sind. Ja. Ich dachte, das war eine Überleitung zuerst. Nein. Okay, erste Frage. Du schlenderst gerade gemütlich die Straße entlang. Also bist du, also was? Als du deinen Ex auf dich zukommen siehst, was machst du? Kurze Frage. Was ist, wenn man keinen Ex hat? Wie alt bist du? Salam. Nein, Quatsch. 33? So alt wird doch niemand. Dann stehen wir vor. Ja, danke. Wir sind gleich alt. Echt? Cool. Aber dann kannst du ja, also dann musst du ja theoretisch ankreuzen. Ich mache gar nichts. Ich schau mal. Vielleicht kann ich mich ja hineinversetzen. Okay. Aber er, sie rennt sich, dreht sich prompt um und rennt von mir weg. Ach, das habe ich nicht gelesen. Ja, das wäre blöd. Man sollte den Satz vielleicht auch zu Ende lesen. Alex, ich lese erst mal vor und das, was zu dir passt, sagst du einfach dann. Okay, A. Ich suche Augenkontakt und sobald der hergestellt ist, zwinkere ich ihm, ihr zu. Äh, B. Ah, nee. Kalter Schweiß tropft mir von der Stirn. Mein Herz beginnt zu rasen. Meine Arme und Beine zittern. Ich falle in Ohnmacht. C. Ich springe panisch hinter die nächstbeste Mülltonne. Dann überlege ich es mir anders und stolpere ihm, ihr, unbeholfen, direkt vor die Füße und sage, Hi. Na? Gott. D. Als wäre das so geplant, da so rumzustolpern. Ich bin verwirrt. Äh, D. Ich begegne seinem, ihrem Blick, will den Arm heben. Andere Meinung, lass den Arm wieder fallen und starre stur auf den Boden. Während wir aneinander vorbeilaufen, dann fühle ich mich dumm, drehe mich um und rufe Hi. Was sind denn das für Möglichkeiten? Oder eh. Ich mache gar nichts, aber er, sie dreht sich prompt um und rennt vor mir weg. Also, ich verstehe mich super mit meinen Ex-Freunden und ich würde mit Sicherheit denen einfach nett Hallo sagen. Wo ist denn diese Option? Ach so. Kurz. Ich glaube, ich muss das ja nehmen, weil alles andere ist ja verrückt. Ich glaube, dieser Test ist richtig kacke. Ich nehme A. Aber deswegen will ich ihn machen. Ich nehme jetzt auch A. Ja, okay. Ja, dann nehme ich auch A. Du kommst zu einer Party und stellst fest, dass du außer dem Gastgeber niemanden kennst. Was machst du? A. Ich hänge mich an den Gastgeber, rede mit niemandem sonst ein Wort und gehe nach einer Dreiviertelstunde nach Hause. B. Ich stürze mich ins Getummel, suche nach dem schönsten Lebewesen in the house und flirte dann so lange rum, bis wir knutschend in einer Ecke liegen. Oder C. Ich versuche verzweifelt Kontakt zu knüpfen, aber irgendwie weigern sich alle konsequent mit mir zu sprechen. Oder D. Ich denke mir erst, yeah, na komm, eine gute Challenge. Heute trainiere ich mein Selbstbewusstsein, stelle mich zur erstbesten Gruppe dazu und verschwinde nach fünf Minuten beschämt wieder in der Menge, weil ich mich nicht traue, den Mund aufzumachen. Oder E. Mir macht das gar nichts aus und ich geselle mich zu ein paar netten Leuten. Ich quatsche, ich lache, nach zehn Minuten wird mir langweilig und ich wandere weiter. Am Ende des Abends habe ich 45.943 neue Facebook-Freunde. Okay, sollen wir uns für irgendwas entscheiden? Ich würde ja jetzt fast sagen, ich nehme einfach E. Also für mich sind die Antwortmöglichkeiten, wenn man die so nacheinander sieht, ist das einfach die gesamte Party. So A ist, wie man sich das vorstellt, zu Hause. B ist, wie es dann losgeht. Ne, B ist, wie ich es in Erinnerung habe, aber C ist, wie es eigentlich war. Und den nehme ich mir dann vor für die nächste Party. Aber es könnte auch sein, dass du... Und E macht keinen Sinn. Also ich habe eher das Gefühl, das ist so dieses, ja, es ist noch keiner da. Also du hast recht, es ist wirklich die komplette Party. Aber man wird stetig betrunkener und man versucht sich so alles schön zu reden und dabei ist man eigentlich der letzte Trottel und benimmt sich irgendwie so Ted Mosby-mäßig. Also ich sage jetzt einfach mal E, weil ich bin ständig unter fremden Menschen eigentlich auf irgendwelchen Partys. Ich nehme das gleiche. Kann das sein, dass das ein Test für vorrangig für Frauen ist? Wie kommst du darauf? Weil da, der, bei Frage 3, ich habe den Text schon weiter gelesen. Das hat so, so ein bisschen beigeschmacht. Keine Ahnung, aber vielleicht täusche ich mich. Das ist so dieses, ja, so ein Kerl kommt dir dazwischen. Okay, ich weiß nicht. Dann hätte mir die Option, ich labere jemandem einen Knopf an die Backe auf Toilette und frage nach einem OB, aber gefehlt. Stimmt. Aber mir gefallen die ganzen Ausgänge nicht. Also ich nehme jetzt einfach mal D für Selbstbewusstsein. Ich glaube, es könnte sein, dass dieser Test dich auch provozieren soll. Okay, Gruppenarbeit. Du schlägst eine grandiose Idee vor, aber ein Kerl widerspricht dir. Wie reagierst du? Einer? Äh, A. Ich balle meine Fäuste unterm Tisch, lächle ihn aber gespielt freundlich an. B. Ich höre mir seine Einwände an, nicke erst mal diplomatisch und breche dann einen stundenlangen Streit vom Zaun. Oh, da sehe ich mich. Ja. Ich will, äh, C. Ich will, ich kann nicht mehr. Ich will ihm gerade selbst widersprechen, als mir plötzlich auch alle anderen in den Rücken fallen und ich aus der Gruppe gekickt werde. Oh, da sehe ich mich auch. D. Ich verprügle ihn. Da sehe ich mich auch. Oder E. Ich sage okay und traue mich danach nicht mehr zu sprechen. Da sehe ich mich auch. Das bin alles ich. Oh nein. Ich glaube, das ist sogar die Reihenfolge. So, dein A trifft nicht zu, dann musst du A nehmen. Ich glaube, ich bin A. Ich glaube, ja, ich bin A. Ich glaube, ich bin B. Aber gespielt finde ich auch wieder gemein, weil gespielt ist das ja nicht. Man kann ja mehrere Meinungen hören. Es sei denn, er sagt mir gerade, dass meine Meinung voll der Müll ist. Es gibt nur meine Meinung und die falsche Meinung. Du schlägst eine grandiose Idee vor, aber ein Kerl widerspricht dir. Was heißt das? Heißt das, der hat einen Gegenvorschlag oder findet der meine Idee kacke? Weil wenn man nur kritisiert, anstatt eine andere Option zu bieten, finde ich das auch blöd. Ich breche also einen Streit vom Zaun. Okay. Mir fehlt die Option, ich bin dieser Kerl. Ja, okay, vielleicht auch das. Aber ich glaube... Ich glaube, bist du eigentlich der, der verprügelt, oder? So, du schlägst eine grandiose Idee vor. Wie soll ich mich da denn jetzt reinfühlen? Grandiosen Ideen haben. Ja, stell dir vor, dir kommt was in den Sinn, wofür du so richtig brennst. Und dann kommt irgendwer und sagt, nein, das ist kacke. Ein utopischer Test einfach. Ich will einfach nur wissen, welche Pizza ich bin und wie ich bin nicht vegetarisch. Dann raste ich ja aus. Okay, weiter. Ja. Okay, ich mach B. Ich auch. Ich auch. So, du hast morgen eine schwierige Prüfung. Wie verbringst du deinen Abend, äh, den Abend davor? A. Schnaps. Echt? Wow. Nein. Ich denke mir, das schaffe ich auch ohne Lernen. Easy. Ja. Gehe mit meinen Freunden saufen und beschließe dann um vier Uhr morgens noch, äh, doch noch zu büffeln. B. Das nennt es, ohne die anderen gehört zu haben. B. Ich lese trotzdem vor. B. Ich habe null Bock aufs Lernen, also gehe ich saufen und eskaliere so richtig und komme 20 Minuten zu spät zur Prüfung, sturzbesoffen. Oh, warte. Ich bin doch da. C. Man kann nicht mehr wechseln, wenn man was angeklickt hat. Oh. Das ist jetzt eingeloggt. Scheißtest. Gut zu wissen. Also C. Ich schicke eine Sprachnachricht an sämtliche Freunde, Bekannte und Verwandte, dass ich mich doch heute Abend bitte nicht stören sollen und verschanze mich dann in meiner Lernkammer. Warte. D. D. Ich lerne und lerne und lerne und habe dann während der Prüfung ein Blackout. Das könnte sein. Ja, das ist, weil man so viel lernt. E. Ich lerne ein bisschen, gucke dann Netflix, lerne weiter, mache mir Essen, lerne weiter, gucke mir Instagram-Stories an und bestehe die Prüfung mit Ach und Krach. Das bin ich. E. Ja. Das finde ich. Ich auch. Okay. Frage 5. Eine Heldseherin auf dem Volksfest prophezeit dir eine tragische, endende Affäre. Wie reagierst du? A. Er schnappt's. Okay, A. Ich freue mich, weil ich das Drama liebe. Schnappe mir meinen Vorgesetzten, beginne eine heiße Liebesbeziehung und werde am Ende gefeuert, weil ich Videos davon an alle Kollegen geschickt habe. B. B. Ich fange an zu weinen, bis ich feststelle, dass das bedeutet, ich kriege endlich mal einen ab. Okay, C. Ich schüttle direkt den Kopf, denn auf so etwas würde ich mich ohnehin nicht einlassen, danach verklage ich die Hellseherin. D. Ich lasse mich davon beflügeln, beginne eine vielversprechende Beziehung, verliebe mich Hals über Kopf, mache ihm, ihr einen Antrag und werde am Altar verlassen. Wow. Oder E. Okay, ich freue mich, stürze mich auf den erstbesten Menschen, den ich treffe, bin aber schon nach kurzer Zeit gelangweilt und beende die Sache brutal und habe dann für zehn Jahre einen besessenen Stalker. Da fuck. Haben wir den nicht alle? Nee. Mir fehlt da so ein bisschen, ich fange was mit der Heldseherin an. Ob sie das halt kommen sehen? Aber du weißt ja, die sehen meistens ein bisschen so hexisch aus, ne? Ich glaube, ich verklag die Schachtel. Aber das sind Serien, ne? Das letzte könnte Twilight Half Man sein. Ich nehm C. Irgendwie passt sonst nix. Ich hab auch C genommen. Erstmal. Ich find so geil wie A einfach eskaliert. Vor allem, was ist, wenn, also weil, dann hast du ja am Ende deinen Job verloren und die Beziehung. Ja, Orlen. Aber wie kommt man auf so die Idee? C ist das am wenigsten Dumme, auch wenn ich wahrscheinlich nicht verklagen würde. Du bist abends in einem Club, als sich zwei Typen vor dir anfangen zu prügeln. Was machst du? Nummer, also A. Ich schreie, yay, und stürze mich ins Getümmel. Zehn Sekunden später herrscht eine Massenschlägerei. Das ist so wie bei Asterix. Du hast so eine riesige Staubolke und ab und zu gucken mal so ein paar Füße und ein paar Fäuste raus. B. Ich quieke empört und werfe den Schlägern missbilligende Blicke zu, bevor ich die Security-Alarmiere. Erstmal gucken, gell? Ja. C. Ich zucke mit den Schultern und tanze einfach weiter, bis mir plötzlich ein wilder Ellebogen ins Gesicht schlägt. Dann werde ich rasend und schreie, wer war das? Oder D. Ich versuche, Abstand zu halten. Dann sucht plötzlich einer der Prügler meinen Augenkontakt und zerrt mich mit in die Schlägerei. Oder E. Ich mache mich mit meinen Freunden darüber lustig, bis mich die aufgeheizte Stimmung irgendwie packt. Um mich irgendwie selber zu besänftigen, bestelle ich mir eine Pina Colada und sehe dem Spektakel schlürfend zu, während es in mir brodelt. Hä? Was hat das mit der Pizza zu tun? Ich frage mich gerade die ganze Zeit, was diese Fragen mit der Pizza zu tun haben. Das werden wir gleich erfahren. Weil die im Ofen ist und dann brutzelt. Keine Ahnung. Der Schärfegrad wird gerade bestimmt durch die Frage. Ich glaube auch. Und dein Belach. Also A finde ich am lustigsten. Aber ich glaube, ich bin tatsächlich D. Ich glaube, ich bin C. Ich bin C. Ich zucke mit den Schultern und dance einfach weiter, weil könnte ja auch eine Art von Tanz sein, die Prügelei. Achso, Capoeira meinst du? Ja, so. Nur mit Treffen. Capoeira mit Treffen. Das sind schlechte Capoeira-Träger. Au! Ich sitze echt gefährlich heute. Verdammt. Da war ein Capoeira, oder? Ja, da war Capoeira. Karma-Capoeira. Ich nehme B. B? Ja. Du quiekst? Mach mal. Quiek mal, Empirsch. Ey, wahrscheinlich waren die ersten sechs Fragen für den Mist. Und jetzt kommt, was bist du für eine Pizza? Welche Pizza bist du? Jetzt kommt gleich ganz am Schluss, was findest du am besten? Tomate, Salami oder irgendwie so? Und dann wählen die einfach danach aus. Und vorher wollten die dann deine Daten abgreifen. Was ist deine Lieblingspizza? Ah, jetzt ernsthaft? A. Froti die Mare. Ich mag's exotisch. Oder B. Ich hätte eigentlich lieber Nudeln. C. Ich mag gar keine Pizza. Was mach ich hier eigentlich, ey? Oder D. Veggie-Pizza. Ich lebe gern gesund. Veggie kann übrigens auch ungesund sein. Ja. E. Ist mir egal. Ich esse alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ja, ich muss D nehmen. Ich bin ein Veggie-Mensch. Ja, ich auch. Äh, ich hätte gern Quattro Famagi, aber die gibt's hier nicht. Aber das hat nix mit gesund zu tun. Da hab ich irgendwie ein Problem mit, mit der Aussage. So, ich drück jetzt Resultat. Ich auch. Ich hab Angst. Äh. Das. Ah. Okay. Nein. Als ob wir alle das Gleiche sind. Sind wir das Gleiche? Wir sind alle drei die Gleiche. Wir haben voll verschiedene Antworten genommen. Boah. Schaut mal, was ganz unten steht. Du kannst alles ein bisschen, aber nichts wirklich gut. Sorry. Ja, stimmt. Also bei mir stimmt das. Seid ihr mit eurem Ergebnis zufrieden? Nein. Nein. Oder hasst, was? Oder hasst ihr uns jetzt? Lasst uns doch einen Kommentar da. Was denn das für... Also der Test war übelst scheiße, aber das Ergebnis finde ich okay. Also ich sehe mich da schon ein bisschen drin. Aber der Test war übelst scheiße. Aber was ist da nochmal alles drauf auf der Quadro? Vier Stationen Pizza, ne? Das, was du siehst. Ja, das sind im Prinzip vier unterschiedliche Pizzen. Okay. Dann ist das so. Sag's euch gleich. Absache, mir war der Test zu doof. Okay. Alles klar. Ja, der war ein bisschen... Der war... Ich hab den rausgesucht. Ich schäme mich ein bisschen. Aber dann müssen das beim nächsten Mal die Jungs machen.